Und, was hast du heute vor? Ich muss einen Gitarrenlehrer für Sarah finden, ein paar Rechnungen bezahlen. Ich hab dich gar nicht verdient. Irgendein Hacker hat versucht, an meine persönlichen Daten zu kommen. Nur keine Panik, ich kümmere mich darum. Kann mal einer zur Tür gehen? Ihre Tochter hat schöne Augen. Was? Ich will wissen, warum Sie das tun. Und zwar sofort! Reden Sie mit Ihrem Mann. Auf Sie hört er. Wenn er nicht genau das tut, was ich verlange, bringe ich Sie und Ihre Kinder um. Die wollen die Bank ausrauben, oder? Du musst alles tun, was sie verlangen. 20 Jahre lang hab ich versucht, diese Bank zu sichern. Wie wollen Sie rein und wieder rauskommen? Von Ihnen ist die Software. Ihnen fällt schon was ein. Videokamera, wir sehen alles, was Sie sehen. Guten Morgen, Jack. Sie machen einen angespannten Eindruck, Jack. Ist alles in Ordnung? Wo sind Sie? Wo ist meine Familie? Sind Sie am Leben? Wir ändern den Plan. Das Gespräch ist beendet. Jack hat sich entschieden, nicht zu kooperieren. Fassen Sie nie wieder meine Kinder an. Ich bin gerade in Ihrem Konto. Das ist unmöglich. Sie haben soeben 20 Millionen verloren. Jetzt wissen Sie, wie es ist, wenn man verliert, was man liebt. Steigen Sie auf die Wand, Jack! Ihre Familie ist tot. Sie sind tot! Sie bekommen das Geld, wenn ich meine Familie zurückbekomme.